So, zur Arbeitsstelle. Okay, da müssen wir wieder quer durchgehen. Aber ich würde trotzdem noch ein bisschen gerne durchschauen, ob da noch irgendwas zum holen ist. Komm mal runter. Ah, da haben wir vorher nicht durch können. Jetzt können wir da auch durch. Super. Da sind wir auch schneller dort. Das war der Platz, gut. Da ist der Eingang, oder? Ja. Da gehen wir zur Siedlung wieder. Dann rennen wir das mal einfach durch. Oh. Oh. Oh, das ist der Ball. Oh, der ist der Ball. Und das ist der Ball. Oh, der Ball? Der Ball? monstige rente make sure an der stände da was sie was erledigt es gibt adon will der de gaul werden ergerlich anscheinend sind malwürfe auftaucht die wir jetzt endgültig erledigen würden Vielleicht schon wieder eine Königin oder eine Zweikönigin oder ein König. Keine Ahnung. Aber es ist wieder was dazugekommen. Okay, wir sind an der richtigen Stelle. Wer bist denn du? Was machst du hier? Ich, äh, ich bin ein Farnbewerker. Well, hey, und ich bin der Dowser. Ja, sicher. Du hättest nicht, dass du die Körner verbringst, würdest du? Nein, nein, ich meine, ich habe meine Reisen. Jetzt lasse mich allein. Ewiger Friede, warum hast du das getan? Oder, wenn du keinen Ärger wüsst? Du hörst wirklich vorsichtig, Farnbewerker. Du wirst all diese Bullshit stoppen und wegschau' aus hier schnell. Wenn du nicht möchtest, wenn du mir einen persönlichen Interesse in deinem Fall hast. Wie? Lass uns nur sagen, dass du nicht fühlst, wie ein Farnbewerker geworden bist. Du musst rauskommen, und nie zurückkommen. Ist das klar? Ja, sehr klar. Also, geh zu gehen. darum musste er verschwinden die unhöfliche Ort die Siegpreis selbst nochmals Komm schon, erzähl mir was passiert. Es war nicht die Molten. Niemalige jemanden zu sabotieren. Aber er wird nicht mehr zurück, glaube ich. Verdammt, ein Mann? Er hätte hätte etwas falsch gemacht mit ihm. Er muss sich ein Abundant sein. Bastards. Du hast ihn bezahlt, ich hoffe. Ich habe gerade gesagt, er wird nicht wiederholfen. Es ist ziemlich klar für mich. Es ist. Es ist. Hier, nehmen Sie es. Vielen Dank. Ich gehe zurück. Wenn Sie mich brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Ich muss den Baum noch einmal in die Höhe pushen. Okay, super. Jetzt haben wir vier Punkte. Jetzt können wir endlich da weitermachen. So. Jetzt brauchen wir uns nicht anschauen. Die Sequenz, dass wir einfach nur umsteigen. Und jetzt können wir da durch. zur Arbeitsstelle. eine Baustelle. So. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich da ein bisschen umschauen. Was eh unsere Spezialität ist. Okay. Da gibt es schon Ärger. Und jetzt können wir uns da. So. So. Jetzt kommst du dran. Gut, die Soldaten, wie gesagt, plündern wir nur. Jetzt wird das wieder als böse angesehen. Die Tür ist lockt, jemand muss den Schlüssel haben. Ob es da vielleicht irgendwas gibt? Oh, da sind noch mehr Gegner. Ah, das stört uns nicht. Wir sind hier super stark. Hardware, da kommen wir wahrscheinlich genauer wieder auf die gegengesetzte Richtung, aber da haben wir noch nicht alles eingesammelt. So. Jetzt gleich wieder Schläge geben. Natürlich für unsere Gegner. Wir sind zu toll. So, ich war vor dir dran. Gut. Oh, Elektroschocks. Schaden. Wir haben noch nie. Okay, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Right here. Okay. Der ist trotzdem noch gefährlich gewesen. Schlüssel zum Hof haben wir jetzt erhalten. Es gibt wieder viel zum Sammeln. Gerade der am schwierigsten. Hat nichts. So ist das. Wahrscheinlich nur ein großes Maul. Nichts dahinter. Kommt man eigentlich da hin? Ah, da sind wir ursprünglich gekommen. Schlüssel zum Hof. Ja. Waren wir irgendwo wo wir nicht rein können haben. Aber gehen wir mal auf die normale Weise. Vielleicht gibt's dann irgendwo wo wir nicht weiter können. Ich glaube da haben wir vorher nicht drauf können, oder? Ja. Hm. Wo kommt? Ah, da ist noch was. Was haben wir jetzt gekriegt? Ankleidung? Technikerkleidung. Ja, wie gesagt. Irgendwie bindet man doch die Sachen, die man so kauft. Bindet man doch im Spiel selbst. Gleich eine Öffnung. Ja. Das sind... Ja. 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 So. Bis剛剛 rü Bonjour. Ich wollte denitalter abanbeiten. mit unseren Citroxen ist nun schon sicher. Wir mencionen vom Meer. Um ein bisschen herum través nun wo der Rock. Wie Mountains of the Living Nintendo cabinet people are wheat? Wir müssen nur irgendwie den Schutzschild herunterkriegen, solange man den hat. Ah, er hat sich noch mitgenommen. Aber, sie steht eh gleich wieder auf. Was ist denn das? Ah, untersuchen. Aber bevor wir es untersuchen, werden wir den mal aufsammeln. Boah, das ist echt viele Sachen, was er hergegeben hat. Da reicht jetzt wieder was. Cool. Metallschrott. So hat sie voll ausgezahlt herzukommen. Wir wollen untersuchen mal das. So that's it. A whole mess of pre-turmoil artifacts. Kind of explains the Technomancer's excitement. Do you think they're the reason for the fighting at Green Hope? The Technomancers love stuff from before the catastrophe. If they knew it was here before the war, that's completely possible. This is horrifying. How could anyone send so many hundreds of people to their deaths for a few pieces of twisted metal? They keep hoping to find something to control people and increase their power in these bits of metal. Well, most of the time they do. Okay. Wieder genau derselbe Dialog. So that's it. A whole mess of pre-turmoil artifacts. Do you think they keep hoping? Okay. So, wir haben es da umgeschaut. Wir sind ein bissl reicher geworden dadurch. Als ob ich noch verletzt habe, kann ich noch ein bisschen mit dem fighting. Auch wenn ich nicht irgendwelche Granaten oder irgendetwas habe, das wäre ein Kult und Auftakt. Aber egal. BAM. Was ist denn? Verdammt. Das ist jetzt kacke. Das haben wir nur mit dem Schildmaster. Das war's. Super. Wir haben echt viel zum Gnehmen. Die sind echt reich, irgendwie. Was müssen wir denn da machen? Ah, da ist noch ein Sinten versteckt. Bevor ich das nehme, müssen wir noch Metallschrott einsammeln. Ganz wichtig. Alles getan, was wir wollten. Und haben das sabotiert. Juhu. Wir sind Helden. Das heißt, wir können gar nicht darauf oder irgendwie. Das heißt, wir müssen eh wieder rum da rum gehen. So. So. Also haben wir unsere Aufgabe gut gelöst. Alles ist explodiert. So. 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 Da kann man wieder ein bisschen was verkaufen? Das sieht ja der Chaos aus. Das ist meine alte Kleidung. Stahlstange und einmal Technikerkleidung. Damit sind wir wieder, äh, schau ich denn da aus. Ich glaube ich habe auch noch die gute Waffe. Und der switcht sehr gerne um. Ich denke mir immer auf einmal, warum mache ich so wenig Schaden? Damit habe ich die alte Waffe oben. Na, nicht da. Sind wir falsch gegangen. So. Jetzt sind wir bald wieder im Quartier des Widerstands. Jetzt können wir auf die Leiter endlich rauf. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit immer komplett anders gehen. Und nur schauen wo die Leiter ist. Besser. Ich glaube jeder im Akku war das. So. Wie geht's der Arbeit? Hast du die Gasline und die Valle? Ja. Die Leiter wurde verletzt. Vielleicht versuchen sie wieder zu spüren. Aber es dauern sie Monate, um alles zu entfernen. Perfect. Ich muss sagen, dass ich nicht erwartet, dass du so effizient bist. Es scheint, Judy war richtig. Danke für die Kriege. Wir müssen uns zusammen mit anderen Mitgliedern der Resistance, in der Agrikulturelle Zone. Wahrscheinlich einige von ihnen haben interessante Informationen. Ich möchte, dass du mit. Okay. 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 Wieder 10.000 dp-punkte. Ja. Geh zum Treffpunkt. Der ist gar nicht mal so weit weg. Der ist gar nicht mal so weit weg. Der ist gar nicht mal so weit weg. Dann geht's gar nicht mal so weit weg. Der ist gar nicht mal so weit weg. Das allein ist gerhardt.